Hallo und Willkommen bei WhiskyWater. Heute sind wir mal wieder auf der Isle of Sky unterwegs, heute sind wir mal wieder bei Talisca. Ich serviere euch heute den neuen Talisca Pale X Wilder Seas. X Pale, nicht Pale X, X Pale Wilder Seas. Was hat es mit der Flasche auf sich, warum sieht sie aus wie sie aussieht und wie schmeckt der Whisky? Das alles erfahren wir heute im Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Ganz wichtig, die Flasche hat einen ganz ordentlichen Preis, finde ich, aber das hat auch einen guten Grund. Aber erstmal schenken wir uns den Kollegen ein. Wir haben den ersten Talisca, der in einem XO Cognac Fass gefinisht wurde. Spannend. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch nie einen Talisca mit Cognac gesehen oder probiert. Abgefüllt ist der Whisky mit 48,6 Prozent. Eine reine Glasflasche, kein Umkarton, kein nix. Außer hier so ein bisschen Papiergedöns. So und was hat es mit dem Whisky auf sich? Seit 2020, bzw. ich muss ein bisschen anders anfangen, Talisca verschreit ja für sich, dass der Whisky made by the sea ist. Und das Ganze soll nicht nur ein Werbeslogan sein, sondern Talisca hat sich zur Aufgabe gemacht, die Meere auch ein wenig zu beschützen und wiederherzustellen, wiederzubeleben nach den Untaten der Menschen und arbeitet deswegen seit 2020 mit der Organisation Parley for the Oceans zusammen. Damit möchte man versuchen, oder möchte man zusammen mit denen, möchte man 100 Quadratkilometer, ne, 100 Millionen Quadratmeter, so, 100 Millionen Quadratmeter natürlichen Lebensraum beschützen und wiederbeleben oder wiederaufbauen. Ambitioniertes Ziel. Und um das Ganze zu verwirklichen, arbeitet man eben mit dieser gemeinnützigen Organisation zusammen, Parley for the Oceans, daher wahrscheinlich auch der Name. Und ganz wichtig zu wissen, von jeder verkauften Flasche davon gehen drei Pfund an die Organisation Parley for the Oceans als Spende. Das ist beim Kauf so einer Flasche ja auch immer ganz gut zu wissen, dass man damit auch einen guten Zweck unterstützt. Dazu macht man das Ganze auch ein bisschen, also damit man das Ganze auch ein bisschen mit Leben füllt und nicht nur warme Worte hat, ist die Flasche, wie sie ist. Die Flasche ist nämlich die erste 100% recycelte und zu 100% mit sauberer Energie hergestellte Whiskyflasche, die Talisca benutzt. Und deswegen gibt es wahrscheinlich auch keinen Umkarton, kein nichts, sondern das ist eine wiederverwendbare Flasche, die recycelt wurde. Also was heißt wiederverwendbar? Danach landet sie halt im Glascontainers, gibt ja kein Pfandsystem auf Whiskyflaschen, aber sie wurde halt recycelt und das Ganze auch noch mit sauberer Energie. Sprich, man legt hier sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, was ich persönlich sehr gut finde und was in der heutigen Zeit ja auch immer mehr an Stellenwert gewinnt. Das plus die Spende haben natürlich wahrscheinlich schon ihren Preis. Dazu die XO Cognac Fässer, die wahrscheinlich auch ein paar Marken gekostet haben. Zumindest ein bisschen was Besonderes sind, als jetzt die normalen Fässer, die man so benutzt. Ich bin sehr gespannt. Preislich liegen wir hier bei, ich glaube, zwischen Anfang 70 und Anfang 80 Euro, je nachdem, in welchem Shop man guckt. Aber für um die 75 Euro sollte man auf jeden Fall einen Whisky bekommen. Leider keine Altersangabe. Dazu, wie gesagt, etwas erhöhte Trinkstärke, 48,6%. Und wie lang das Cognac Cask Finish war, weiß ich leider auch nicht. Aber das Erste, was auffällt, sind ganz typische Taliskanoten. Ich habe eine maritime Note, ich habe eine leichte Salzigkeit, ein Hauch von Rauch, schöne Meeresbrise, ein bisschen was Kräutriges. Also im ersten Moment, ein typischer Taliskan. Und das bleibt auch so. Ich kriege ein bisschen Vanille mit dabei. Vanille, Kräuter, Meersalz. Ich finde den Rauch tatsächlich relativ verhalten. Also ich muss gestehen, in der Nase hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr von dem Cognac erwartet. Da kommt gerade nicht so viel. Versteht mich nicht falsch, der riecht durchaus gut. Ich mag Taliskan eigentlich sehr gerne. Und er riecht wie ein Taliskan, von daher mag ich den Whisky ganz gerne. Aber sowas Spezielles habe ich jetzt dabei nicht. Also bis jetzt ist da mehr der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig, als das Fass. Zum Wohl. Der Geschmack ist der auch jetzt da. Schöner, maritimer Rauch, leichte Pfeffernote mit dabei, ordentlicher Antritt. Schön maritim, bisschen Holzeiche, leichte Tannine, bisschen kräutrig. Aber diese Pflaumen-Rosinen-Note, die ich vom Cognac haben soll? Nö. Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, es ist ein super leckerer Whisky. Es ist ein super leckerer Taliskan. Es ist ein sehr gutes und wichtiges Projekt, was man da fördert. Aber mit dem Cognac-Kass muss man nicht großartig werben, finde ich. Jetzt kommt da, also wenn ich die Nase ganz ganz tief reinhalte, dann kriege ich so ein bisschen so eine Note von so einem M-Eukal-Hustenbonbon, beziehungsweise kennt ihr diese Rachendrachen? Immer so ein bisschen, oder diese Wigbonbons mit, ich glaube Kirsche war das, diese dreieckigen Wigbonbons. So eine medizinisch kirschige Note habe ich noch. Aber vom Cognac finde ich ansonsten nicht so richtig was. Ach, das ist schade. Das ärgert mich ein bisschen. Weil ich finde den Whisky spannend, ich finde das Projekt spannend, ich finde es gut, wenn durch die Marke, durch die Bekanntheit was Positives gefördert wird, wenn ein Teil des Erlöses in ein Charity-Projekt geht, wenn, ähm, man sich auch noch Gedanken hat um die Nachhaltigkeit der Flasche, etc., etc., alles super, alles toll. Und dann, und dann tut mir leid, also ich finde, wenn man sowas macht, dann sollte man beim Whisky auch dann entsprechend zeigen, so wir stehen dahinter, wir geben euch jetzt gutes Zeug. Und nicht sagen, ja, Marketing-Technisch machen wir das alles mit. Aber wo wir das am Ende draufschreiben, ist eigentlich egal. Also es ist ein leckerer Whisky, keine Frage. Aber das Thema Cognac-Casks ist halt verfehlt. Das ist schade. Weil damit hätte ich natürlich den einen oder anderen auch nochmal darauf aufmerksam machen können und sagen können, so pass auf, du magst vielleicht Cognac-Fastgreifenden Whisky, probier mal den neuen Talisker, der hat genau das. Und apropos, du machst doch noch was Gutes damit. Ja, leckerer Talisker. Ja, schöner Standard. Könnte mit so einem Talisker-Storm gut mithalten. Der einzige Unterschied, der kostet ein bisschen mehr. Also da ist das Ganze dann einfach ein bisschen verfehlt. Wenn ich den Whisky durch einen x-beliebigen Standard aus der Co-Range ersetzen kann, der Whisky aber mehr als das Doppelte kostet, dann verfehle ich so ein bisschen das, was ich damit vorhabe. Weil dann kommt bei den Leuten irgendwann an, ja, ich möchte gerne was Gutes tun, aber nicht um jeden Preis. Wenn, ich sag mal, der Whisky jetzt der Knaller gewesen wäre und der Whisky hätte aber dafür 30 Euro mehr gekostet als der normale Standard, dann hätten die Leute auf jeden Fall gesagt, auf jeden Fall nehme ich den, weil der bietet mir so viel mehr und ich tue was Gutes damit. Also hier zu sagen, ich habe einen Standard-Whisky, der kostet 35 Euro. Ich habe den Whisky, der fast genauso schmeckt, der aber 75 Euro kostet, nur weil der nachhaltig ist. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber meiner Meinung nach bin ich bereit, für Nachhaltigkeit ein bisschen mehr Geld auszugeben. Gar keine Frage. Aber nicht mehr als das Doppelte. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, wie viel ist mir Nachhaltigkeit wert. Wenn ich da an den ein oder anderen Influencer denke, wie so eine militante Veganerin oder so, da kann es nicht genug Nachhaltigkeit sein. Aber man hat aber auch nur einen Geldbeutel. So, Fazit. Whisky lecker, Projekt cool, Cognac-Casque verfehlt, Preis zu hoch. So einfach. Total schade. Absolut leckerer Whisky. Keine Frage. Aber schade, schade. Ich hätte so gerne Telesca in Kombination mit Cognac mal probiert. Aber da ist die Palette mit den Fässern wahrscheinlich an einem Cognac-Regal mal vorbeigefahren oder so. Keine Ahnung. Ich merke davon nichts. Vielleicht bin ich auch der Einzige. Würde mich mal interessieren, wie das bei den anderen YouTubern aussieht, wie das bei euch aussieht. Haut es mir gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr den Whisky probieren konntet, stehe ich da alleine mit da. Ich meine, gut, der ist jetzt auch schon ein bisschen leer. Der Daniel hatte mir die Flasche geschickt fürs Video und dann waren noch so ein paar CEL drin. Aber so stark kann er sich auch eigentlich nicht verändern. Da gehe ich jetzt nicht von aus. Gut, wie gesagt, haut mir mal in die Kommentare, wie ihr den Whisky seht. Schmeckt er euch? Findet ihr das Cognac-Fass? Wie findet ihr dieses Nachhaltigkeitsgedanken und dieses Gemeinnützige dahinter? Was sagt ihr zu der Flasche, wenn das wirklich so die erste recycelte und mit 100% sauberer Energie hergestellte Flasche ist? Ist euch das wichtig? Fändet ihr das gut? Wenn dafür dann aber die Umkartons oder sowas auf der Strecke bleiben? Also ich muss persönlich sagen, mich würde das jetzt nicht stören. Wenn dafür die Flaschen entsprechend gut und nachhaltig hergestellt sind, fände ich es sogar gut. Klar, ein Umkarton macht es immer noch mal ein bisschen schöner und attraktiver, aber wäre für mich jetzt kein Weltuntergang. Von daher wäre ich grundsätzlich dafür. Aber auch da würde mich mal eure Meinung interessieren. Lasst mich gerne wissen. Ansonsten nicht vergessen, Video liken, Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Schaltet auch gerne mal bei ko-fi oder bei mir ko-fi slash thewhiskywaiter vorbei. Da könnt ihr den Kanal auch ein bisschen unterstützen und fördern. Und ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.